Wir können bei allen Impfstoffen, die wir hier in Deutschland verwenden, schon nach der ersten Impfung mit einem guten Schutz rechnen. Das heißt, für zwei, drei Wochen nach der ersten Impfung wird es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man noch an Corona schwer erkrankt. Und dieser Schutz wird durch die zweite Impfung dann nochmal deutlich besser. Dann ist man auch einigermaßen vor leichten Krankheiten geschützt. Aber der Schutz ist super nach kurzer Zeit vor schweren Erkrankungen.